ja leute was klappt mein name ist david und willkommen zum neuen video hier auf meinem kanal leute leute fragt euch wieso ich keine videos hochgeladen habe ich habe sehr viele videos hochgeladen aber die kommen irgendwie nicht an die funktionieren irgendwie nicht wenn ich sie hochlade da steht die materialen brauchen sie irgendwie oder so und es funktioniert halt bei mir nicht deswegen kann ich halt keine geld zu machen und ja